wir haben ein ganz großes problem wolfs junge verrat mal warum war es mit der kamera eigentlich normalerweise los die kamera ist zum beispiel sagen wir mal die hängt 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 ist kaputt die kamera ist offiziell kaputt jetzt müssen wir zur not greifen ja so das heißt meine kamera ist komplett defekt das ist mein letztes video das mit der kamera mache mein allerletztes video und jetzt zeige ich mal kurz meine neue art wie es aufgenommen wird also viel spaß dabei spiegel bei meiner bildschirmschone angeht bei der handy über der bildschirmkamera vom handy müssen wir den spiegel nutzen weil ich nehme jetzt mit einer bildschirmkamera auf ich nehme nicht mit der jetzt auf sondern mit der bildschirmkamera und hat denn so gesagt alles hier zusammengebaut das heißt ihr werdet die nächsten part ein bisschen anders erleben also bis dann